Die haben mich völlig vergessen. Oh, was ist denn das heute für ein Park? Meine Blase drückte, mein Boss ohne Fell, mein Leckerchen, das fehlt. Komisch. Zum Glück sind wir dann rausgegangen. Derselbe Eingang, dieselbe Türe, dasselbe Hundeklo. Huch, wenigstens das ist beständig. War das knapp. Wusste gar nicht, dass ich so lange aushalten kann. Und bis ich fertig gepinkelt habe, hat das gedauert. Eine halbe Ewigkeit. Ich dachte schon, es hört nie mehr auf. Heute muss ich das erste Mal neben meinem Boss pinkeln. An dieses lange schwarze Ding gehängt. War das peinlich? Warum macht sie denn sowas? Ich habe doch auch noch nie beim Pinkeln zugesehen. Ich habe mich dann einfach umgedreht. Ein bisschen mehr Privatsphäre, wenn ich bitten darf.